ARD Text im Auftrag von Funk Oder was das sein soll Yeah Komisch, diese Koliaths Sieht irgendwie creepy aus Sieht ein bisschen aus wie deine Schwester Kommst du? Ich bin auf dem Weg Boah, schade Was ist das du bist? Dein Mitspieler Kleines Dreckskind Ach, da kommt ein großer Ja Hebt ihn mal hoch Falls du nicht gemerkt hast Bitte kommt Bock Den hat es halt kein Stück mitgezogen Was macht denn der? Ja Sieht sich konstiziert nicht Ah, die zieht schon besser Ernsthaft, was macht denn der Typ da? Alter Ach du stehst da hinten Du musst grad ein bisschen rennen Die ganze Zeit halt Ja, ich hab mich gleich gewundert Wieso der die ganze Zeit von mir weggerannt ist Na? Ja, dann helf ich dir mal ein wenig Komm schon Schaffst du wohl Ich muss grad nachladen Hab dir gerne geholfen Geht der diesmal auf dich oder auf mich? Ha, auf dich Aha, er mag mich Läuft bei echt nicht bei mir Ne, er mag mich nicht Ja Ja Mach ma mal Ist halt einfach schlecht So geil, der läuft Der läuft mich nicht hinterher Der läuft hier Das chill ich hier, ne? Ich hab die ganze Zeit Akku, das nervt derwe Was lustig ist, ich bader die grad so mega damage rein Ich Der hat volle Akku auf mich Und ich komm nicht mehr auf die Ecke raus Ja, oh fuck War knappi, ne? Ja Also ich stell mich jetzt auch mal hin Und wiederbelebt dich die ganze Zeit Okay Ich hab grad meine komplette Raketenmärformologie in die Fresse geballert Ja, hab ich gemerkt Notfall, Notfall und so Alter, immer auf mich Ja, ich fand das voll lustig Ein wenig entspannend für mich halt mal Ich muss Muni kaufen, das geht gar nicht Ich hab fast keine Muni mehr Wo ist das Ziel, wie was damit? Dürfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest Die Crimson Raiders zähnen sich nicht gerade nach dieser Welt Weißt du was? Ich glaube du verdienst deinen kleinen Tipp Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben Und ich mich kaputt lachen werde Oh, da kommen Spinnviecher Ja, es ist nicht so schwer Ja, doch eigentlich schon Oh, ich muss auf den Arsch schießen Okay Ja, gut dann sind sie easy Dicks Spinnen, hey Hier oben ist ein großes Spinnennästchen Deswegen geh ich auch unten lang Ich hab'n Ich hab'n Knetten Gegner hier Ich hab'n Hilfe gebrauchen Ich hab' hier'n Infernozwerg Ich hab' hier'n Infernozwerg Ich fand jetzt, das war easy Ich fand jetzt, das war easy War ja auch schon fast tot Oh, ich hab' den nicht getötet Doch Ah, da steht noch einer Und weg Weißt du was? Ich find' diese, äh, die aus dem Boden kommen noch viel nerviger Ja, die kotzen richtig hart an Das war eigentlich die Wurmlochteile, wo die alles anziehen Ja, da werd' ich später so oft sterben noch Weiß ich jetzt schon Wir machen ja auch ein bisschen mehr Schaden jetzt, ne? Ja? Ein bisschen? Neee Arsch mich Ich bin gespannt, wie wir Wilhelm töten wollen Ich freu' mich schon auf den Ah, hier ist noch ne Moneybox Ja, dann go go, ne? Der Firehawk hat auch gern lustig werden Pack' mal die Sniper aus Ist das nicht toll? Den einen hab' ich jetzt schon geowned In dem ich einfach nur das Finger am Arsch geschossen hab Neben dem Kann irgendwie Luft anhalten? Nein, kann man nicht Okay, dann baller ich so drauf Entweder man hat Skill oder man kann Skill 17.000 Ich fall' grad nicht, wo die stehen Geht die auch grad nicht Da und? Ach, da und Ach, da und Ah, unter mir Da kommt ein Heller weniger Den hast du fast Äh, allein gemacht Aber ich hab' dir geholfen Das hat ja Killsteam gemacht Ja, läuft doch Äh... Ich geh' jetzt noch sicher, aber hier drüben kommt noch welche Ja, ich geh' einfach looten Ja, bei mir sind jetzt welche angekommen gerade. Nahkampfsniper und so. Das ist ein Flammenwerfer. Oh ja. Zwei. Der guckt mal irgendwie in die Luft, ich weiß nicht was der macht. Ja, bei mir ist gerade der genaue Balken davor. Na, hast du den gekriegt? Nee. Ich sehe gerade nicht so auszahlen. Ja, ich hab ihn gekillt. Und den anderen auch. Oh, da ist noch einer. Ja. Ja, der hängt rum, der ist auch tot gerade. Keine Ahnung was der gemacht hat. Im Himmel gestarrt. Na, der geht den Spawn-Triggern. Ja, komm. Durchrennen. Ich muss ja auch wenig Putty abgehen. Obwohl ich mir Mühe gebe nicht zu sterben. Ich darfst du mal sagen, das ist besser als ich. Nee, insgesamt bin ich schon in der letzten Folge so oft gestorben, dass ich hier, dachte ich mich überhaupt nicht mehr aufholen könnte. Ah, siehste, da kommt schon mal hier wieder. Habe ich noch Raketenwerfer-Money? Eine. Nein. Oh, neben mir sind welche. Neben mir sind welche. Hinter dir sind übrigens welche. Ah, das ist natürlich blöd. Na du Opfer. Ich slag die noch mal ein bisschen. Nächstes Level. Du auch? Ja. Ey, irgendwo muss hier ein Goliath sein. Da vorne. Ah, ja gut. Da vorne ist einer. Hast du den schon? Na gut, glaube ich. Ja. Kurz aufleveln. Ähm. Ich überlege gerade, wo der ganze Loot ist. Ich dachte, hier wäre mal so ein Iridium Teil. Ah, hier sind welche. Ja, also bin ich gestorben. Und jetzt? Soll ich wiederbeleben? Wo bist du? Ey, ich hab den gekillt. Lad nach, komm. Überleb mal ganz kurz. Äh, mein Spiel lag gerade. Ich werde sterben. Fuck. Sorry. Ah, jetzt gehts wieder. Aber mein Spiel lag gerade mega mäßig. Du lebst wieder. Ja, ja. Das hab ich gemerkt. Aber ich hab grad ein paar Frames durch. Das ist lustig. Ich schufe mich daran, dass die grad irgendwie voll viel auf einmal kamen. Jetzt gehts wieder. Ich sollte hier weg gehen. Ja, jetzt gehts wieder nicht. Jetzt gehts wieder. Oh. Ist das voll. Warum ich zu viel Shit auf einmal zu viel Animation? Ich stand nämlich genau in der Mitte und da kam Slack, Schaden und alles zusammen. Ja, ich war immer ein bisschen reingehauen halt, ne? Ja, ja. Ich hab zu viel gesehen. Ich hab auch Ding hier reingeworfen. Nochmal. Mein Facelock und allen Scheiß. Ja. Hab ich gemerkt, dass da einiges los war. Ich konnte halt echt nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich bei dir geschossen habe. Du lagst auf dem Boden. Du warst halb tot. Ja, einmal. Eigentlich wollte ich mich mit Facelock wiederholen. Hab leider den Typ erwischt. Geh mal weiter runter. Gar nicht nett von dir. Ah, ich hab keine Raketenwerfermonie mehr. Ah doch, eine. Das ist es. Das versteckt des Firehawks. Gott, alles nachladen. Ne, komm vor dir. Ja, hab ich gesehen. Halt dich mal kurz. Ah. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Jetzt hat er mich auf dem Kicker. Ja, da. Ich geh mal schnell zurück. Wieder belebst du mich mal? Jetzt hab ich die Kacke am Dampfen hier. Mal, da hat der Feuereffekt drauf oder was? Ah, er rennt sich durchs Flammen durch, du Mongo. Ah. Ja. Warum wieder belebst du mich dauernd aus der Entfernung? Warum nicht? Weil ich dann öfter verrecke. Ah, ich renne ja echt durch Flammen durch. Ja. Ja. Ja gut, den kriege ich. Mach einfach Damage. War ein Mongo, ne? Willst du hier nur meine Quote wieder runterziehen? Ah, ich doch nicht. Oh, Alter. Sammle jetzt die Kacke ein. Ah, Julia. Alles nachladen. Feuer. Ich bin nicht so hässlich. Ah, 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 ah. Alles klar, Julian? Sag kurz mal. Ich schreib's noch schnell. Wow, spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Vortritts. Digga. Mein Bohrer kommt dir auch gleich immer näher. Ja, endlich Muni kaufen. Feuer, äh, nicht Feuer, Boss, äh, Boss generell. Ja, bald? Jetzt. Achso, welcher kommt denn jetzt? Wilhelm oder was? Nein. Wen haben wir jetzt? Blood, Bloodwing, oder? Äh, kommt jetzt nicht erstmal Ding. Äh, Lille? Lille? Kann natürlich sein, dass da... Ja, ja, doch, doch. Ballerst du da grad rauf? Ah, ne. Ich hab Ballern welche raus. Ich hab nen netten Dramaten. Ah, Crusher und noch nen anderer. Oh. Nein. Ne, beide tot. Lilith. Töckchen. Hallo. Töckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Nico? Jede Menge innere Blutungen. 8000 x 6. Könntest du mir aufhelfen? Granaten. 48000. Meine Granaten-Mod. 8000 x 6. Ja. Ist mein Granaten-Mod grade. Warte mal was ich hab. 7000 x 8. Läuft. Los, Besorgiridium. Ja, das ist das Zeug. Gibst du's mir? Äh, wir geben's dir. Oh, interessanter Schild. Danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Ich guck auch, ob meine Schilde Zeug sind mir so an. Ähm. Pack mal die Waffen aus, Nico. Ja. Wenn wir den Zähnen hören, Digga, dann kifst wir, Digga. Brennen alles. Ziemlich lustig. Du, Alter, die halten so aus, hey. Was? Alter, der eine grad eben. Ich muss meinen Samen verbreiten. Jo. Die rennt zwar drum. Ja. Fuck it. Hast du mich da oben gekillt gerade? Keine Ahnung. Aber du bist grad Instant verreckt. Was? Der hat ja vorhin schon so... Wow. Nico, kennst du eigentlich den Besten, ne?